Naja, ich muss sagen, als wäre ich nie weg gewesen. Sehr vertraut alles, ein sehr vertrautes Umfeld. Als ich in Darmstadt wieder reingefahren bin, habe ich mich direkt wieder wohlgefühlt, in alter Wirkungsstätte. Und auch die Jungs, auch die neuen Jungs sind super drauf. Das ist eine Top-Mannschaft, eine sehr intakte Mannschaft. Super, wie die Jungs auch alle füreinander da sind, haben mich alle sehr gut aufgenommen. Und wie gesagt, ich kenne das Umfeld ja schon und ich freue mich wieder hier zu sein. Ich habe es richtig vermisst, also ich habe die Atmosphäre vermisst, da zu spielen, vor den Zuschauern, vor den Heimfans. Es ist ja immer eine grandiose Stimmung. Ich habe das natürlich auch letztes Jahr total verfolgt, habe mir auch jedes Spiel im Fernsehen angeschaut und einfach wie die Fans einfach trotzdem hinter der Mannschaft standen, ist einfach unglaublich. Und ich freue mich einfach riesig auf das erste Heimspiel gegen Fürth. Ja, ich kann es kaum erwarten. Ja, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es sehr auf den Kopf bringen.